Musik Ich muss ehrlich sagen, es hat von Anfang an wirklich sehr gut funktioniert. Vom ersten Spiel an, eben mit den Sachen, die wir in Spiele bringen, die alle von uns individuell reinbringen, funktioniert es einfach sehr gut. Eben seine Playmaker-Qualitäten. Flavio ist ein Ruck, in der Mitte. Ich glaube, er macht viel Arbeit. Er ist ein Win-Win-Win-Win-Win-Zone. Er gewinnen viele Spiele. Er bekommt uns den Puck, wenn wir es brauchen. Er macht alle die starken Spiele, die unten unten zu helfen. Und dann, wenn wir zum Oli kommen, er ist der beste Shooter in der Liga. Mein Job ist ziemlich einfach. Ich bekomme den Puck, dann passiere ich ihn und er hat ihn gewonnen. Es ist ziemlich einfach so weit. Ich fühle mich sehr komfortabel mit ihnen. Wir lesen von uns sehr gut aus. Ich glaube, wir haben uns geglaubt. Ich glaube, wir haben uns geglaubt. Wenn jemand ein Fehler macht oder was, wir glauben, dass der Mann mit dem Puck macht. Und ich denke, das ist eine der Punkte für uns. Wir haben uns sehr erfolgreich. Ich denke, die Chemistrie, die wir haben, geht außer dem Eis. Ich denke, es geht auch außer dem Eis. Ich denke, wir sprechen in der Dressing-Room und all das. Und es ist einfach super lustig. Und ich denke, da gibt es keine schlechten Blut. Ich denke, der Granz ist ein grosser, liebenswürdiger Reis. Er ist wirklich sehr lustig. Er macht auch in der Garderobe sehr viele Sprüche zum Teil. Der Epp ist eher ein ruhiger Schwede, der einfach sein Ding durchzieht und ich probiere das ein bisschen zusammen zu halten. Ich denke, sie sind gute Leiders für das Team. Sie sind lustige Leute, aber sie sind auch gute Leiders für das Team. Haben wir keine Geschichten? Nichts. Es hat alle ein paar Monate gedauert.